Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade ein bisschen Bordfindungsstörungen, aber ich werde es nicht schneiden. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Drogerie-Neuheiten-Video für euch. Ich möchte euch ein paar Schätze zeigen, die es eben neu beim DM zu kaufen gibt, beziehungsweise noch in anderen Drogerien. Aber ich werde es DM-Haul nennen, da ich auch einiges nachgekauft habe, dass es eben schon länger zu kaufen gibt in der Drogerie. Und ich habe auch eine richtig, richtig coole und fette Verlosung wieder für euch, eine Überraschung. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch freut. Im Laufe des Videos erzähle ich euch dazu etwas mehr. Aber jetzt fangen wir mal an mit den neuen Produkten, die eben in der Drogerie einziehen. Und zwar haben wir zum einen Nagellack. Ihr wisst ja, ich liebe es, Nagellack aufzutragen, aber ich habe immer wenig Zeit. Bei mir geht es immer so zack, 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 zack und fertig. Und ich muss mir das Ganze auch öfters mal wieder neu drauf pinseln. Aber das ist eine andere Geschichte, ganz egal. L'Oreal hat neue Farben und zwar sechs Stück aus dieser Le Verniz-Reihe. Sechs ganz, ganz tolle sommerliche Farben. Ich habe euch das Ganze auch auf Instagram gezeigt. Und oh mein Gott, wie schön sind bitte diese Sommerfarben. Also richtig passend. Und es ist auch so, dass euer Nagel gepflegt wird, da Mikroöle enthalten sind. Und das heißt, ihr habt dann auch noch einen pflegenden Effekt. Und oh mein Gott, dieser Nagellack riecht gut. Ich habe es euch schon öfters erzählt, dass ich noch nie einen Nagellack hatte, der so gut gerochen hat. Das ist unglaublich, was L'Oreal da auf den Markt gebracht hat. Und wie gesagt, wenn ihr auf tolle, schöne, sommerliche Farben steht, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Dann machen wir weiter mit einem Produkt, das ich mir nachgekauft habe. Und deshalb habe ich auch diese komische Frisur heute. Denn mein Ansatz sieht nicht mehr so fresh aus und ich musste mir etwas helfen mit diesem Magic Retouch. Das habe ich mir nachgekauft. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, um den Friseurbesuch noch so ein bisschen hinzuzögern, wenn der Ansatz sichtbar ist. Nämlich die kleinen, wenigen grauen Haare oder viele. Je nachdem, wie das halt so ist. Bei mir ist das halt super sichtbar, wenn man schwarze Haare hat. Und deshalb helfe ich mir mit so einem Produkt. Dafür habe ich bezahlt, ich sage es euch, 5,25 Euro. Und ein Nagellack kostet, meine ich, um die 7 Euro. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Dann machen wir weiter mit neuen Sachen von VILU. Dazu hatte ich euch ja auch ein Video abgedreht. Ein einzelnes Video, weil ich euch darüber berichten wollte. Und ich habe euch die Produkte doppelt gekauft, weil ich die verdurst habe. Und die zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz. Und zwar gibt es zwei neue Duschschäume eben von VILU. Einmal dieser Coco Cocktail, Duftrichtung und einmal Pink Melon. Das riecht so, so gut. Aber Leute, ich habe ein Alternativprodukt. Dazu kommen wir gleich noch. Ich zeige euch noch ganz geschwind die drei neuen Produkte von VILU. Und zwar ist es ein Body Spray, ein 2 in 1 Produkt. Das heißt, ihr habt ein Deo und ein Body Spray. Aber als Deo würde ich das Ganze jetzt nicht zu 100% verwenden. Habe ich euch aber auch in meinem anderen Video gesagt. Das kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Wir haben hier drei Duftrichtungen. Und zwar einmal Coco Cocktail, dann Fizzy Berry und Tasty Donut. Diese drei Produkte werden an die liebe Leonie gehen. Ich denke, sie wird sich sehr darüber freuen. Ich habe genug Body Sprays und Deos sowieso. Ich habe einen Body Spray, das zeige ich euch auch gleich noch. Und das bevorzuge ich. Aber wer auf VILU steht, kann sich das mal anschauen. Ich finde die Produkte völlig überteuert. Habe ich euch auch in meinem anderen Video gesagt. Ich meine, klar, das hat halt einen bestimmten Namen. Aber ich habe ein Alternativprodukt. Und zwar Coppaila. Dieses hier von Balea. Und zwar kostet es halt viel, viel weniger. Und es ist tatsächlich richtig, richtig gut. Das könnte ich sogar gleichsetzen mit diesem hier. Wobei dieses hier ein bisschen intensiver ist. Aber dafür eben wesentlich teurer. Und hier könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr eben auf Kokosluft steht. Und euren Gelbeutel etwas schonen wollt. Dann habe ich mir nachgekauft diese Teile hier. Diese Augenbrauenformer von Ebelin. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden. Das habe ich euch auch schon mal erzählt. Aber ich habe leider noch kein Alternativprodukt gefunden. Deshalb muss ich mir die immer wieder nachkaufen. Nachkaufen. Dann habe ich mir nachgekauft von Balea diese No Stripes. Da muss ich sagen, dass die richtig cool sind. Ich hatte mir nämlich bei Rossmann auch diese hier mitgenommen. Und die sind halt viel, viel teurer. Da kosten 6 Stück 4,95 Euro. Und die machen halt gar nichts bei mir. Ich finde die grottig. Ich finde die richtig schlecht. Und deshalb habe ich mir diese hier nachgekauft von Balea. Ich meine, diese hier werde ich jetzt noch auch brauchen. Aber ich kann euch, also aus meiner Sicht, jetzt hier diese empfehlen. Dann machen wir doch weiter mit Seba Med. Die waren auch vertreten beim Beauty Press Day. Dazu wurde ich ja eingeladen. Ich war in Köln bei diesem Event. Das war richtig schön. Da gibt es eben verschiedene Stände. Da gibt es ganz viele Marken. Und eben auch unter anderem Seba Med. Wer mir schon öfters folgt, der weiß, dass ich immer wieder Produkte von Seba Med kaufe. Weil ich die einfach richtig gut finde. Und ich habe immer so diesen, ja, dieses Gefühl, dass es was sehr, sehr Hochwertiges ist. Also erstens mal macht das Produkt, was es soll. Und es hat auch so ein bisschen was von Apotheke. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist total komisch. In Italien wird solche Produkte hier in der Apotheke zu kaufen geben und nicht in der Drogerie. Also total komisch. Jedenfalls habe ich dieses hier, diese Duschcreme. Die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die ist richtig gut. Und für meine Jungs habe ich dieses hier. Und zwar diese Sportdusche. Ich meine, das sind Teenager. Die sind viel unterwegs. Die laufen viel. Die müssen zur Schule hin und her. Und die haben natürlich auch Sportunterricht. Spielen Tennis und Fußball. Und da verwenden sie immer dieses Produkt hier. Dann, ja, wie gesagt, Teenager. Anti-Schuppen-Shampoo. Das ist richtig gut. Und das beugt auch Juckreiz vor. Und das ist wirklich richtig gut. Auch für Haare, die schnell fetten. Also das kann ich euch auch wirklich, ja, ans Herz legen, falls ihr sowas noch sucht. Da habe ich noch dieses Vital-Dusch-Schaumbad-Produkt hier. Da muss ich ehrlich sein. Da hat mich das Packaging total angesprochen. Total bescheuert, ne? Aber irgendwie finde ich das richtig schön gemacht. Und deshalb, ja, heute in diesem Video. Und dann habe ich euch ja schon bis öfteren erzählt, dass ich, ja, Füße, also das Thema Füße ist halt jetzt nicht unbedingt das beliebteste. Das weiß ich schon auch. Aber Füße tragen uns halt durchs Leben. Und deshalb versuche ich die natürlich auch besonders zu pflegen. Und jetzt gerade im Sommer, natürlich auch im Winter. Im Winter ist es wahrscheinlich auch nochmal ein Ticken wichtiger, weil dann bereiten wir uns schon mal auch den Sommer vor. Dann haben wir richtig schöne Füße. Jedenfalls habe ich hier diese Fußcreme. Und ich habe euch schon öfters erzählt, dass ich so mache, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa sitze, spätabends, dann creme ich mir die ganz, ganz dick ein, ziehe Socken an und dann lasse ich das Ganze einwirken. Ja, könnt ihr euch eben auch mal anschauen. Dann gab es noch verschiedene Masken. Die kann ich euch auch mal zeigen. Ich bin ja so ein kleines Maskenopfer. Ich liebe Masken von SebaMed. Und dann noch dieses Produkt hier. Das habe ich mir auch schon öfters nachgekauft. Und zwar diese Pflegedusche mit Limette und grünem Tee. Oh mein Gott, das ist so, so erfrischend in der Dusche. Es ist richtig, richtig toll und riecht eben auch ganz, ganz toll. Habe ich gerade schon gesagt, toll, ne? Okay, habe ich es doppelt gesagt. Dann habe ich jetzt hier noch ein Lippenpflegeprodukt. Und zwar sieht es so aus. Das ist eben auch wichtig. Ich creme mir oder ja, fahre mir mit diesem Produkt oder mit anderen Lippenpflegeprodukten. Mein Gott, jetzt habe ich gerade ein bisschen Bordfüllungsstörungen. Aber ich werde es nicht schneiden. Jedenfalls früh morgens, wer meine Morgenroutine oder meine Abendroutine geschaut hat. Nach dem Zähneputzen trage ich mir immer noch meine Lippenpflege auf. Und dafür habe ich mir dieses Produkt hier mitgenommen. So, jetzt habe ich es. Dann für meine Jungs, ja, auch ganz, ganz wichtig, dieses Produkt hier. Diese Paste für die Haare. Es riecht so gut. Und zwar ist es von Got2B. Oh, das duftet so, so gut. Hier ein Produkt, das dann zur Verlosung kommt. Ich zeige es euch ganz kurz. Jetzt machen wir aber erstmal mit Foundation weiter. Und zwar mit diesem wunderschönen Paketchen hier. Ich habe euch das Ganze schon in einem Vlog gezeigt. Und ich bin schwer begeistert. Also seitdem verwende ich nur noch diese Foundation. Es ist halt richtig cool, weil es 16 verschiedene Nuancen gibt. Ich verwende im Moment immer zwei. Also ich mische die. 122 in Verwendung. Und die 130. So sieht das Ganze aus. Die 120, äh, 122, Entschuldigung. Die ist halt, ja, die hat halt ein bisschen mehr rosa am Teil, ne. Und dann mische ich das Ganze immer. Und das ist die perfekte Foundation für mich. Die ist richtig schön light. Jetzt gerade für den Sommer. Edelt sogar schon so ein bisschen, ne, BB-Cream. Man kann das Ganze natürlich auch aufbauen. Also, ne, man kann es schichten. Und dann hat man zum Beispiel für abends den perfekten Look. Also ich mag sie super gerne. Eben von Maybelline. Und ich finde es richtig toll, dass es eben 16 verschiedene Farben gibt. Ich denke, da wird für jeden was dabei sein. Und ich kann natürlich nicht alles verwenden. Zwei Stück habe ich schon meinen Freundinnen versprochen. Aber der Rest wird dann an euch gehen. Das zeige ich euch dann später eben noch in meinem Verlosungspaketchen. Jo, dann machen wir weiter mit zwei Produkten von Hollister. Die waren auch vertreten beim Beauty Press Day. Und zwar wird es dieses Parfum hier bei Müller zu kaufen geben. Oh mein Gott, ich bin schwer verliebt in dieses Body Spray hier, in dieses Body Mist. Das duftet so, so gut. Wave 2 nennt sich das. Wenn ihr mal bei Müller seid, dann schnuffert mal bitte dran. Das ist so, so göttlich. Also ich habe noch nie oder selten so einen guten Body Spray gehabt. Der Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Und die zwei Produkte hier sind auch richtig cool. Wenn ihr bei Müller seid, dann schnuppert auch da mal dran. Hier, das ist ein Eau de Parfum. Und hier haben wir Eau de Toilette. Und das ist quasi die Fortsetzung aus 2016. Das war nämlich ein Bestseller. Und deshalb haben sie hier diese weiteren Produkte auf den Markt gebracht. Also Hollister. Diese zwei Produkte hier wird es dann auch noch für euch geben als Gewinnerpaket. Ich zeige euch dann im Anschluss, was ihr alles gewinnen könnt. Ich habe ja jetzt genug Parfum. Ihr habt ja bestimmt mein Tubes-Video zum Parfum gesehen von Jamie Lee. Verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Und deshalb lasse ich euch diese beiden Produkte hier sehr, sehr gerne zukommen. Genauso wie diese Cappy hier eben von Hollister. Die war auch in der Goodie Bag. Und ich habe mir gedacht, ich kann euch da bestimmt auch eine große Freude bereiten, wenn ihr, ja, die gewinnen könnt. Und dann machen wir weiter mit Shavens. Shavens. Ich kann es nicht aussprechen. Die waren letztes Jahr auch beim Beauty Press Day vertreten. Da habe ich auch die liebe Barbara kennengelernt. Wir haben verschiedene Bilder gemacht. Diesmal haben wir keine Bilder gemacht. Ich wollte sie irgendwie nicht stören am Stand. Jedenfalls, wer kennt sie nicht? Die Barbara, ne? Aus Germany's Next Topmodel. Und oh mein Gott, sie ist so, so groß. Oder ich bin viel zu klein. Egal. Jedenfalls waren die auch vertreten. Und da habe ich mir ein paar Masken mitnehmen dürfen. Wie gesagt, ich bin ja ein Maskenopfer. Dieses Produkt hier ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe es jetzt extra im Bad geholt. Das ist der Beweis. Das ist die Packung, die ich mir gekauft hatte. Ich habe jetzt nur noch eins drinnen. Und das ist so, so genial. Also das ist richtig gut. Dann habe ich noch diese hier enthalten. Kokos Traummaske. Die gibt es aber nur bei Rossmann. Die ist richtig genial. Davon habe ich schon viel gehört. Da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich Hyaluronmaske. Das kann nie schaden. Aloe Vera kann bei mir auch nie schaden. Auf diese hier bin ich auch sehr gespannt. Das ist eine Multi-Masking. Das kenne ich schon von L'Oreal. Und zwar gab es diese drei Glaspöttchen. Und dann waren die eben für verschiedene Bereiche im Gesicht zuständig. Aber der kostet ja 1 Port 10 Euro. Und bei der Maske, ich meine, die kostet 1,49 Euro. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Jedenfalls, also es kommt ja auch immer drauf an. Die haben ja eine Preisempfehlung. Aber jeder Markt macht sich dann den Preis. So haben die mir das erklärt bei Shabins. Oder Shabins. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann habe ich dieses Produkt hier. Ein totes Meer Peeling. Das hatte ich mir schon vor langer Zeit gekauft. Und das war eben auch in meiner Hoodie-Bag. Und deshalb geht es dann auch mit an euch. Dann machen wir weiter mit Produkten von Botanicals. Also das war es jetzt erstmal hier von Hollister und Shabins, glaube ich. Ja, falls noch was da ist, dann zeige ich es euch. Jedenfalls machen wir hier mit diesen Produkten weiter. Das wurde mir allerdings zugeschickt. Das sage ich euch ja auch immer dazu. Das wisst ihr ja. Und ich hatte euch schon mal die erste Serie gezeigt von diesen Botanicals. Das sieht so, so interessant aus. Das sieht so hochwertig auch vor allen Dingen aus. Also wenn ihr möchtet, kann ich euch weiter darüber berichten. Hier habe ich jetzt noch so ein kleines... Ist das ein Reagenzglas? Wie heißt das auf Deutsch? Ja, ne? Oder? Ne. Reagenzglas sind doch die... Naja gut, also ihr wisst Bescheid. Ich habe heute sowieso total die Wortfindungsstörungen. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wie man das auf Deutsch nennt. Ich weiß es gerade nicht. Mir fällt es nicht ein. So, ist ja jetzt auch egal. Jetzt zeige ich euch die Produkte. Und zwar haben wir hier Glanzritual Shampoo. Dann haben wir eine Maske aus dieser Serie Geranie eben. Und dann haben wir einen Spülungsbalsam. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich schnuppere jetzt auch gleich mal dran. Riecht sehr, sehr gut. Also nicht so kräuterlastig wie die andere Serie. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Werde ich euch darüber berichten. Ja, meine Lieben. Jetzt war es so weit. Ich glaube, ich habe da unten noch ein paar Sachen. Aber damit das Video nicht zu lange wird, beenden wir es hier mal an dieser Stelle am besten. Ich blende euch jetzt ein, was ihr gewinnen könnt. Und alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch mal am besten unten in die Infobox. Ihr müsst einfach nur unten einmal klicken. Dann öffnet sich was. Und da seht ihr auch alle Infos zu den Produkten. Und was ich euch gezeigt habe. Und meine letzten Videos und so weiter. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und eben auch die Teilnahmebedingungen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Produkten, dann schreibt mir das auch gerne mal unten in die Kommentare. Da freue ich mich, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen, wenn ihr zum DM geht oder zum Müller, zum Rossmann oder was gibt es noch? Budni hier in Deutschland, genau. Aber das gibt es ja im Norden. Ich war nur einmal in einem Budni, glaube ich. Ja, als ich in Hamburg war, zu einem Blogger. Und da habe ich das erste Mal einen Budni von innen gesehen. Egal. So viel dazu, meine Lieben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schaut auf jeden Fall mal bei meinen beiden letzten Videos vorbei. Da würde ich mich total freuen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!